damit hallo herzlich willkommen auf unserem kanal es ist wieder donnerstag das bedeutet es kommen wieder carter news diesmal er kommt nur ein video von vier ich kann es euch jetzt auch gleich mal begründen erstmal tut es mir natürlich sehr sehr leid am donnerstag kommen ja immer die saison rückblicke raus und dann tue ich ob dann jemand noch schreibt am donnerstag oder freitag dass ich rosenheim oder krefeld oder welche mannschaft auch immer kassel dann nämlich das immer mit rein habe ich euch ja schon mehrmals erzählt und ich habe es aber leider vergessen hochzuladen also ich habe vorbereitet dies das aber vergessen hochzuladen dann erst sonntag passiert das ist dann ich habe dann so hin und her überlegt ich hatte auch hochgeladen aber ich fand es dann den anderen teams gegenüber sehr unfair auch in der d el das gleiche deswegen kommt die 2 und die deutsche eiserke liga nicht und finde es einfach unfair gegenüber den anderen teams die ja vielleicht mal noch ein aufwolljagd an den stimmen bekommen würden wie auch immer auf jeden fall freitag ladys hoch das kann ich euch sagen schreibt gerne eure team rein was natürlich noch nicht dran war und das wird dann mit reingenommen ja und es wird auch nur die d el 2 karte news geben weil in der deutschen eiserke liga nicht viel passiert sind es sind zwei news passiert aber dafür ein video bringen nämlich dass einfach nächste woche mit rein dadurch dass eiserke wms ist haben die ganzen teams ein stück runter gefahren aber jetzt gehen wir auch rein in die karte news wir fangen oben an bei den ravensburg tower star star bleibt luis latte da gibt es eine dritte saison ja von den scorn war es jetzt nicht so krass zwei tore acht vorlagen in 51 spiel dann kommt aber leonard kurus hat er bei isalon war hat aber man abstecher in herne gehabt und ein abstecher in hannover und versucht jetzt ein glück und ich glaube auch dass er das niveau hat für die zweite liga und ich denke ist ein sehr interessanter transfer ist ja auch relativ groß auf jeden fall glaube ich ich denke ist gut für die ravensburger abwehr ja dann die nächsten news die eispiraten krimmetscher krimmetscher da kommt ein offensivspieler aus amerika woman zapp für 54 spiele 17 tore 31 vorlagen super transfer sehr jung ich denke dadurch dass die junge spieler verloren hast hast du auf jeden fall ein talent zurückgeholt bin ich mal gespannt wie er einschlägt dann dieselbe wölfe da bleibt bluen schein blau schien blau schien ja der geht auch in seine zweite saison in selber hat er hat 52 spiele gehabt fünf vorlagen konnte er ziehen leider kein tor und dann ruhig hat gelke der bleibt auch gehen in seine sechste saison schon bei den selber wölfen kass 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 davon jetzt geworden ist es halt auch nicht gut 49 spiele zehn tore fünf vorlagen ist ausbaufähig sage ich mal so dann dresden die haben für mich ein kracher gut oliver kranz kommt aus rahmensburg wurde ja schon überall so ein bisschen gerüchtet ein und 49 spiele 11 ein turm eigentlich und 28 vorlagen und schenke einfach ein sehr sehr guter transfer für die defensiv und da macht dresden auf keinen fall was falsch dann weiten ja samanski und ribitzki ich hoffe ich habe ihn ordentlich ausgesprochen die bleiben bei den blut der es weiten samanski hatte hat eine riesen stat 64 spiele gemacht insgesamt 45 vorlagen und sechs und sanft tore und ribitzki 45 spiele drei tore zehn vorlagen ist als verteidiger sehr solide sage ich mal so dann bei den esv kopfball und da kommt ihr menko ist glaube 31 jahr alt gewesen 44 spiele 18 tore und 24 vorlagen interessant mal schauen wie er sich schlägt wie die testspiele sind darauf bin ich gespannt dann kassel dir halten ihren top score in den play aus ja super war ja auch am anfang ob man den holen sollte weil durch bösen faust immer sehr viel strafen hatte ist er dann gekommen und hatte glaube ich noch fünf oder vier spiele strafe und so unfair war er nicht er hat jetzt keine strafe bekommen irgendwie oder irgendwas hat 26 spiele gemacht war ja relativ am mitte mitte ungefähr hat zehn tore gemacht 13 vorlagen und die play aus war glaube ich der für kasse der mvp 18 spiele neuen vorlagen 12 neue tore 12 vorlagen sehr interessant und da macht kassel auf keinen fall was falsch was die schon hier wiederholen das ist schon sehr sehr gut oder halten eher gesagt auch dann der evl da bleibt edwin schütz 46 spiele sechs tore sechs vorlagen und brett camoen verlässt die landshuter ja ist ein guter spieler gewesen hat immer so schon sehr solide wenn ich zu ganz stück besser bessere scorer also auch kein leichter verlust aber ich denke mal wird sich da gut ersetzt damit zum beispiel check de remis dann weiß wasser da bleibt sauner gibt es eine dritte saison war auch davor glaube ich sehr lange in dresden 43 spiele sechs tore sechs vorlagen und denke auch für mental für ja er war auch körperlich ist er ein sehr sehr starker verteidiger und stänge da tut den den füchsen sehr sehr gut dann rosenheim da kommt travis ewenig 16 spiele zehn tor vier vorlagen interessant war ja auch schon ich glaube in krummetschau und in isa lohn nicht da oder isa lohn ja ich hätte es mal besser lesen sollen aber er war auf jeden fall bei reuth und dann bleibt kevin handschuhe noch der hat für 44 spiele gemacht zwei tore drei vorlagen nicht überragend aber es war seine erste richtige zweitliga saison in rosenheim und war auch vielleicht als aufsteiger nicht die einfachste sich da durchzusetzen aber bin ich mal gespannt interessante news auf jeden fall für mich transfer der wort oder ja mal sagt transfer der woche wo ein rosen ganz klar ich denke dass er dieses jahr sehr sehr gut wird oder sein wird ich hoffe dass er nicht irgendwie durch allgemein solche faust zu ziehen die mehrere spiele strafe von ziehen finde ich einfach nicht gut deswegen hoffe ich dass da alles bleibt also gut bleibt dass er weiter so macht und ich habe doch gerne euren transfer der woche rein das gerne lag und aber da scheint gerne ein nächste nächste woche da kommen hoffentlich dann wieder vier videos dann hören wir uns bald beim nächsten video tschau